Die Schulzeit. Es gibt die Loser, die Eingebildeten, die Sportlichen, die Hübschen, die Normalos und Sakamoto. Ein Typ, der scheinbar in allem perfekt ist und stylisch so überlegt durch den Tag leitet. Von allen Mädels, verehrt von den Jungs, bewundert und gehasst. In verschiedenen Kurzgeschichten über Mobbing, Nachhilfe, Frauen, ETC überzeugt Sakamoto mit perfekten Auftreten, sowie Humor. Der Anime muss gut sein, denn er geht nach dem Manga und der Manga war richtig gut. Ein unterhaltsamer und kurzweiliger Anime, perfekt eben, wie Sakamoto selbst. Schaut ihn an oder ihr werdet es bereuen, denn nur dort seht ihr, wie ihr jede Situation perfekt meistert. Ob es bei euch klappt, ist was anderes.